wie er da liegt Prozent ab ab aber er kann da könnte ich ja da könnte schon manchmal ausrasteten gehen das ist weil du dich nicht richtig vorbereitet auf das was du da immer machst stand doch schwierig nachdem bereit ist ich noch weniger vor absichtlich klar absichtlich was habe ich denn heute absichtlich unglück angezogen ein pferd zwei pferde ja gut das kann man schon mal machen der lotter der fußballer und jetzt kann auch räuchern jetzt muss den scheiß erst mal reparieren da habe ich noch mal ach nee warte so hast du nicht mehr so lange ne wie meister ja acht hast du das hat sich gerade erledigt ja warum ja ich wurde gestört und hab gesagt nö dann wurde ich noch mal gestört und hab gesagt nö ok und wenn der störer das guckt dann ist er bestimmt beleidigt äh und jetzt guckst du schläfst du einlad auf dem sofa nö nö ist ja nicht die regie ist äh ist ein essen gehen vor vor einer serie ah ok dann weiß ich wer gestört hat kann sie mal ein gruß sagen hallo er kann heute nicht burger essen gehen vor äh spiel der tröne sorry aber so auch nicht ich hab nicht dran gedacht an jeweils das andere so die anderen sachen ach nee röcherfleisch kann herauspacken verdorbenesfleisch kann auch rauspacken so man hier ist du musst doch mal irgendwas also echt ey ja was denn ja irgendwas halt man hier ist nix los auf der scheiß insel was für eine kack insel du jetzt komme ich jetzt jetzt komme ich mal her mit dem pro gewinn super high speed wo bist du denn? ähm richtung sumpf also quasi bild der horde vorbei aber lass mal richtung anderes also ähm richtung osten richtung ostbase quasi weißt du? was für eine ostbase von was redest du? ich weiß nicht von was du redest ja 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 ich schräg ich schräg und ich kann ein Tor auf die Fresse man hier ist echt oh ey hier jagen 28 die los so ein kleines Äffchen das kann ich so nicht dulden Entschuldigung wo kommt der Para hierher? ah ich sehe dich schon die werden keine Äffchen gejagt ja mach die doch einfach kaputt hebst du doch hoch ne ist doch so viel witziger so wahrscheinlich habe ich bei meinem wilden Umhergeschlage auch das Äffchen ertötet 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 ja also los ja erstmal grüner Piller oder? grüner was? was? ja hi hey alter jetzt kommen hier wieder die beknackten Flugameisen mies zerlegt alter wieso grüner Piller? halte wie einer nicht loslässt ja wollte es doch nicht im Osten ja was will ich deinem grünen Piller? ja der ist im Osten mhm wo warte ich muss kurz das Ausdauer pumpen weil äh naja aber naja ok ich habe mich vergiftet ja ja mach ich ich flieg mal Richtung grüner Piller ja das oder ist das nicht Richtung Osten? naja von uns aus gesehen ist es Richtung Osten Nordosten äh ja ein bisschen halt wenn wir direkt Richtung Osten fliegen dann können wir gleich uns mehr fangen können wir auch mal dann steckt man die Karte ein jetzt doch ich ja schlängli das hab ich gegessen na ne da ist noch ein lebendes dann isst du's ja guck ich zeig's dir ich seh es liegt ungefähr 8 Meter hinter dir ja super ja wir haben uns auf ein bisschen Abstand geeinigt so ne Armlänge bisschen Abstand voneinander halten alter der Vogel hat null aussah echt so schlimm na nicht null aber nicht viel im Vergleich zu seiner Geschwindigkeit wir sind es anders gewohnt ne das ist richtig das ist das Problem das ist das Problem wir sind es anders gewöhnt wie aber sie sind ganz schön robust jetzt können wir doch hier rechts abbiegen eigentlich oder ja wir könnten noch so und jetzt stapft hier gleich ein Giga ums Eck und dann schieße ich auf den 3 mit 30 ich schwöre ich habe welche gemacht ich habe 37 wieder da vor allem ist ein Spin da ist ein Spin oder? ist der hübsch? nö ah nein ja ich glaube hier war ich noch nie ich muss gleich mega niesen glaube ich gesundheit waa alter hei 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 Spino Glocken Vögel leveln bam hu 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 hat er gemacht was hat denn dein Vogel Ausdauer? 750 ich habe 990 ja das sind schon so zwei mehr wie er da liegt oh fuck oh fuck ooh aha bau mal einen Schlafsack ach nä bau mal ein Bett bau mal dein Bett schnell ja warte ich muss dir kurz noch zwei Raptoren ich wollte diese fucking ich wollte ich wollte die karte einpacken und drücke e alter ja das ist auf jeden Fall die richtige Taste dafür und dann wollte ich wahnsinnig schnell auf 8 Hämmern weil da habe ich äh bei morgsen von Faltzirilsp hier fressen dich schon kompis ja ich höre jetzt kommt man skorpion ich habe auch noch mal ein bett ich muss erst mal die ganze fauna hier umlegen brauchen ein bett bau doch mal ein bett ja mach doch kein stück mann ey wie kann man zu dünn sein drückte einfach e noch ein holz natürlich ich hau mit der axt auf den baum drauf und krieg stroh raus stumpf die axt man so eine missgeburt du echt was fehlt jetzt fehlt noch ein fundament weil im bett kannst du nicht auf normalen stellen ja da könnte ich mir wieder den halben abend selber in die schnauze hauen du echt war gibt es doch nicht besser kombi stirbt kann doch nicht wahr sein eine scheiße mit der scheiße du echt kennt er hier einfach ein wer du jetzt kann jetzt steht aber ich kann sogar auswählen ich habe gehofft dass das geht und das ist nicht nur bei betten geht die dies nicht die es schon gab da kommt raptor kommt raptor kommt raptor auch schnell da ist ein vogel jetzt haue ich den hier mit der sichel was machen die denn da drüben kommt zurück nimm schnell deine sachen geh auf den vogel sofort da ist ein alpharaptor was lassen alpharaptor ja ich sehe es qualmen das hallo schatze kennen ich bin schon mittendrin was geguckt was der von level hat soll ich ja warte level 58 alter warte mal ich kriege nicht in die linse 23 jetzt kommt dann 20 ok ja gut dann müsste schnell gehen aber mein vogel ist gleich tot dann muss ein bisschen aufpassen ach schon da kommen noch ameisen und mein vogel ist auch fast tot was macht warum was macht warum ja er konnte gerade nicht richtig fliegen nicht so richtig ja da ist nur so langsam geflogen warte mal gibt es hier nicht einen stein wo der nicht hochkommt weiß ich nicht ach jetzt abgatt ich bin aber auch ein richtiger vollidiot jetzt habe ich rohes fleisch gegessen wo ist vielleicht also ich glaube auch wenn du wenn du dein fischern fisch fütterst dann ist das besser für die gesundheit jetzt habe ich keine stirb widerliche bestie jetzt hätte ich fast schon wieder weg ist blöde ich muss das mal aus meinem inventar rausnehmen ich drücke die falsche taste wissen wir das sollten sie auch mal endlich fixen hier mit benutzen als zwingen wo ist er denn weiß ich nicht da unten hallo hier bin ich dampfe 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 echse ich abhauen das ist mir aufgefallen ist wenn man dem let's play schon verfickt viele alphas gelegt ja aber einfach abtoren ja hauptsächlich oder ausschließlich sogar aber ausschließlich ja ich hasse das wenn der so nah am wasser kämpft ich habe immer angst ich fliege da rein und steig ab dann ist so beim beim wenden ich muss schon wieder weg ich habe schon wieder falsche taste drückt was ist denn los man sagt er kommt zu dir er müsste aber bald umfang ja der hat nicht mehr viel ich auch nicht mal hier ist es wo ich auch nicht da kannst du richtig sehen wie die wunden kleiner werden jetzt alter er hat auch mich an eure erst mal okay guck mal rein erst ja ist nix drum willst du noch einmal draufhauen für fleisch für den vogel und jetzt hast du auch gleichzeitig steht hin von der mega neuro auf so ich mache jetzt hier mal ein bisschen angriffsschaden und gesundheit wenn man vogel auch angriffsschaden hätte ich auch bisher machen können naja ich habe geschwindigkeit gemacht da kann schon habe ich 200 habe ich 224 prozent bei mir noch oh ja hier das wollte ich ja mal endlich sehr gut